Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, auf die eigene Sichtbarkeit und auf die Sicherheit zu achten. Die Nike Flickr Vaporjacke bietet dir nicht nur eine auffällige Farbe und reflektierende Elemente, sondern auch einen hervorragenden Wetterschutz und eine gute Performance. Mit ihr kann eine Laufrunde abends auch etwas länger dauern, denn die Dämmerung ist kein Grund, dein Training abzubrechen. Die reflektierenden Elemente bieten dir tatsächlich eine 360 Grad Sichtbarkeit. Die Nike DryFit Faser steht für einen hohen Feuchtigkeitstransport und sorgt dafür, dass der Schweiß vom Körper weg nach außen transportiert wird. Sollte es einmal anfangen zu regnen, bist du dank der einstellbaren Kapuze gut geschützt. Wenn du auf die Kapuze komplett verzichten möchtest, kannst du sie dank des Reißverschlusses komplett abtrennen. In den beiden seitlichen Taschen mit Reißverschluss kannst du einen Schlüssel oder Laufutensilien sicher verstauen. Lass dich von der Dunkelheit nicht aufhalten. Die auffällige Nike Flicker Vaporjacke bietet dir ausreichend Sicherheit. Du hältst sie in deiner Runnerspoint Filiale oder direkt